Hier habe ich ein Kanzlerbild, und zwar die Angela Merkel mit ihren alten Zeiten. Und hier ist sie, Ian Katerinbrand aus Lux. Das habe ich da gemacht, ihr Herren hier. Das ist in klassischem Sinn. Wir sind jetzt hier bei mir in nächstens. Der Musikraum des Maler-Knoxer hier, da spielt er an den Keyboard und an den Gitarren. Er macht sich seine Klangwelten für seine YouTube-Filme und Facebook zum Beispiel. Ja, da ist er auch im Facebook, im Facebook, im Kratzenbuch. In der Plaudertüte sozusagen, die Welt-Plaudertüte. Da bin ich schon ziemlich früh wieder beigetreten. Und hier habe ich Werke, hier arbeite ich mit Farbe Gold und Steinen. Und hier habe ich... ...lotte Bilder. Oh ja, was wird denn jetzt eigentlich... Ach ja... ...den... ...einer Maske. Bisschen Volt. ¡Aaaah! Das war so hoch. Es geht am kleine protagonisten ... Also, ja, von Musik Meisinger, die haben wir eine Maske, zwei Masken geschenkt, ja, Musik Meisinger, ja, 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 Uh, ... Ich bin mir schaum. Haha, ja, schau mal, schau mal, hier hab ich, ach so eine Farbe Gold, aber ich hab noch keine Luft mit diesem Masken, so, muss ich gemeißen, dann muss ich mal das Zeichen mit der goldenen Farbe da besser umrunden, mal schauen, was da für optische Effekte dann rauskommen, so, 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 so Die Farbe, die Zähne, die Wehen, die Ehen, so, schauen wir mal, wie das jetzt ausschaut, ja, die Farbe kann ich schon weg, wie eine Haut, wie eine Haut, die ja, so, 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 schmerzen jetzt